Wir berichten hier live vom Rhein. Wie Sie sehen, der Rhein steigt immer mehr an, weil es regnet immer weiter. Der Deutsche Wetterdienst warnt auch noch vor Starkregen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir wünschen Ihnen eine gute und angenehme Fahrt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hochwasser und Unwetter in Düsseldorf. Es rückt aus Wache einer ELW 1, HLF, einer GWL 1, RTW 1, RTW 2, KTW 1, NEV 1, KDW 1, DLK 23, Wache 2, ELW 2, NEV 2, DLK 23, Toll. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020